Ach ja, ich liebe es, wenn sich die Bibel bewahrheitet. Ich möchte einen Kommentar einblenden. Ich konnte leider nicht zu Ende schauen. Es tut weh, deine Worte zu hören. Deine Verneinung zur Trinität, deine Abnehmen der Göttlichkeit des Herrn Jesus Christus, seiner Kreuzigung spottend. Habe ich in dem Video und nirgends woanders gemacht. Aber hey, alles gut. Ich lese kurz vor, 2. Timotheus 4, Verse 3 bis 8. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüstenlehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Ich habe in dem Video, worunter kommentiert wurde, eben in Bezug auf die Argumentation vom Dr. Johannes Hartl, vor allen Dingen Bibelferse verwendet, die Worte von Jesus neben die Worte von ihm gelegt. Und er kann es nicht ertragen, es zu Ende zu gucken. Und da bewahrheitet sich die Heilige Schrift wieder. Er macht weiter, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist absolut richtig. Und was sehen wir hier? Eine Unterscheidung zwischen Gott und Jesus. Gott sendet seinen Sohn. Wo wird das betont? In Römer 8. Wir lesen kurz vor, aus Römer 8, Vers 3. Jesus ist also jener, der von Gott ins sündige Fleisch gesandt wurde. Das steht in der Bibel. Was ist los mit dir? Warum versuchst du die Menschen zu täuschen? Wach auf, wach auf, wach auf. Vom Prinzip, wie gesagt, ich habe die Worte von Johannes Hartl neben die Schrift gelegt und die Schrift hat wieder einmal gewonnen. Und dann noch das abschließende übliche Argument, was nicht auf biblischen Grundlagen beruht, sondern einfach nur auf, oh, ich kann das nicht glauben, ich will es nicht glauben. Kann ein Sohn, ein Menschenkind, und nur das sein und ewiges Leben geben, der an ihn glaubt? Naja, schauen wir erstmal Jesaja 53. Kannst du gerne mal für dich lesen, denn dort wird klargestellt, dass Gott seinen Sohn gab, dass der Gott Abrams, Isaks und Jakobs seinen Sohn gab als Opferlamm. Und wir wollen nicht dabei bleiben, sondern wir wollen noch einen Schritt weiter gehen und gucken, was das ewige Leben eigentlich ist und wollen dafür in Johannes 17, Vers 3 springen. Denn auch das ist deutlich. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Also wir sehen hier, dass das ewige Leben ist, den Vater, den allein wahren Gott und Jesus Christus, den Gesandten dieses Gottes zu erkennen. Und ja, du musst meine Worte nicht ertragen. Du musst mein Video nicht ertragen. Ich habe es versucht kurz zu fassen. Die Bibel ist das, worauf ich das, was ich spreche, berufe und auch aufbaue und nicht, ob irgendwer es ertragen kann oder nicht, weil die Bibel sagt schon, dass manche Leute es nicht ertragen können. Und dass du ein Video nicht ertragen kannst, wenn es um Wahrheiten geht, ist tatsächlich eher dein Problem. Denn Jesus sagt, glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Da steht in Johannes 14, Vers 1, ich weiß, das ist schwer zu ertragen. Das steht übrigens auch in der Bibel, dass Gott das Haupt des Christus ist. Das steht in 1. Korinther 11, Vers 3. Auch das ist wahrscheinlich schwer für dich zu ertragen. In 1. Korinther 15 steht, dass Gott in aller Zeit übergeordnet sein wird, über den Sohn, beziehungsweise der Sohn ewig untergeordnet sein wird, unter Gott. 1. Korinther 15, gern mal lesen, ich glaube ab Vers 22. Die gesunde Lehre nicht zu ertragen ist eine Sache, aber dann auch noch frech zu werden ist eine andere. Ich wünsche dir Gottes Segen bei der Prüfung. Ich hoffe, vier Minuten waren erträglich. Und lese mal in der Heiligen Schrift nach, demütige dein Herz. Gottes Segen wünsche ich dir.